Sagt mal, glühst du? Was? Na, du glühst ihn doch an. Tue ich gar nicht. Lass ihn halt ein bisschen glühnen, wenn er will. Halt's mal ein Schauschenfenster. Wo soll's denn hingehen? Zur Erde. City of Government. Ups, da gehörten aber andere Tarife. Warum? Naja, im Moment ist es leichter, bei einem Erdbebenstärke 12 jemand die Augen zu lasern, als heil dort anzukommen. Die ballern damit schwerem Geschütz. Dagegen fühlt sich ein Blitz an wie eine sanfte Akupunktur. Ach ja, die Fallschirme und die Schwimmwesten, die sind irgendwo da unterm Sitz. Wir sollen mal lieber wieder aussteigen. Gitter macht sich doch bloß wichtig. Kein Problem. Fliegen Sie los. Ich werde von der Regierung erwartet. Mein Name ist übrigens Käpt'n Kork. Sternbock. Und ich bin Hermes der Götterbote. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Mein Name ist Rock. Kuschel oder Haardruck? Kuschel oder Haardruck? Kuschel oder Haardruck? Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018